Hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Bausimulator und eh ich meinte den Unfallsimulator Unfallverursachtungsimulator so wie wir haben was ja ähm wir machen hier momentan eine kleine Straßensperre weil wir können hier so nicht arbeiten das funktioniert einfach nicht oh da ist hier eine Rampe äh ich meinte wir können hier überhaupt nicht arbeiten so ähm ja drei Brückenteile wollen platziert werden und dann machen wir mit unserem mobilen Kran und hoffen dass das auch hält einmal hoch bitte damit mit dem Bauteil ja 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 beschwert ich da mal hinten mal nicht so die Leute die haben halt einfach keine Geduld vor allem das Gediegen hier ist wir sehen den Kran da mitten auf der Straße und wiegen die vorher eine Straße ab das ist ja eigentlich wie man es kann auch nicht wenn hier das lustige so ein bisschen ran hört ihr also ist der meint wohl ernst der weint das wohl wirklich ernst versuche ich schon mit lauter Musik uns hier von der Arbeit abzuhalten dann haben wir das Ding gleich platziert wunderbar so Brückenteilträger wo müssen die überhaupt hin muss ich mich ernsthaft auf die Brücke sogar stellen also ich glaube schon ich glaube anders komme ich da nicht rüber eigentlich muss ich ja die Straße halbseitig wieder freigeben ich finde so eine Straßensprache die muss halt mal sein ich sag mal so andere kleben sich halt immer auf der Straße fest und ich blockiere die Straßen einfach mit einem großen Kran dann habe ich auch eine Ausrede und die rot-weißen Warnstreifen gilt die Straße dadurch sowieso als gesperrt und kommen sie rüber ich komme sogar tatsächlich rüber ich werde damit gerechnet das Seil der hängt jetzt etwas komisch dafür aber ansonsten läuft das hier das funktioniert halt gerade ganz gut war fast fast am Haken gehabt sehr schön der Stau wird auch länger zumindest auf der einen Straßenseite auf der anderen haben die Leute kapiert ich will auch gar nicht wissen wie lange der Räder da jetzt stehen geblieben ist noch ein paar Stunden ah jetzt ist er weg er hat eingesehen er kommt da nicht durch und hat mal den rückwärtsgang eingelegt jetzt muss ich eigentlich eine Nachtschicht schon aus gutem Grund machen dass ich jetzt nicht den nächsten Mal einen Anruf kriege von wegen die blockieren unnötig die Straße so ich glaube noch ein bisschen runden ne warte ich erstmal muss ich hoch schnell ein bisschen drehen ja schön ich fürchte ich muss gleich auf die andere Seite oder wie sieht mir das aus ok das wird automatisch platziert au 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 na das ich glaube da wird der Kran jetzt zu kurz ich würde zwar gerne die Straßensperre länger aufrechterhalten aber ich glaube ich kann nochmal hoffen aber ich glaube ich komme nicht ganz rüber oder 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 das könnte sogar also in der Realität hätte sich jetzt wirklich in die Mitte hinstellen müssen zum Glück ist das ein Bausimulator da kannst du du brauchst nur einen Millimeter von dem Material irgendwo in einem bestimmten Bereich und schon gilt es als platziert oder schon kannst du es äh offiziell platzieren ja dank meiner Baumarschiene fast leer jaja das weiß ich aber ich bau den Kran jetzt deshalb nicht ab jetzt würde ich gerne das Brückenbauteil gerne hier platziert haben so einmal rüber einmal hoch noch noch ich glaube äh ein Glück umsetzen ok ich hätte die Straße gerne länger blockiert aber ich muss sowieso jetzt umsetzen das heißt wir blockieren jetzt den Gehweg dafür gut gut dann lassen wir die Autos mal erst einmal durch durch so müssen wir irgendwo erstmal drehen so dann wollen wir einmal eben tanken und zur Reparatur und dann sollte das Ganze auch wieder funktionieren so 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 wie 34.000 Reparaturkosten ja ich glaubs auch aber gut wir haben das Geld ja so ist nichts dann fahren wir nochmal eben zurück Wenn ich gerade frage, noch einmal ein Element, dann geht es an den Betonbau. Der ist auch einer der neuen Fahrbetonmischer. Der steht auch in der Vorschlagliste. Der würde sich eigentlich wahrscheinlich nochmal anbieten, einfach zum testen. Ich blicke aufs Screen ja eventuell schonmal ein und setze ihn dann eventuell hier irgendwo hin. So, wo muss ich eigentlich hin? Ja, wie leider leid, Planke? Da hinten kann ich runter. Aus der Bahn! Also ich finde, die Rupe ist auch ein bisschen lasch. Ich werde jetzt mal kriegen, da kommt jetzt eine wunderschweiße, dicke, fette Rupe. Und jetzt im Kükenkran. Aber gut, sei es drum. Ist ja nur eine Rupe. Wir müssen ja nicht aufmerksam machen, dass hier eine Gefahr herrscht. Oder es in Gefahr vorbei zieht. So, vielleicht noch ein bisschen mittiger hinstellen. Also damit hätte ich sogar schon fast irgendwann gerechnet, dass das überhaupt noch hinhaut. So, einmal eben runterlassen, den Haken. Und dann sollte das gleich hier ganz gut funktionieren. Jaaa, noch ein bisschen hoch. Sehr schön. Gut, einmal rüberschwenken bitte. Jetzt ungünstig fallen lassen, so ein Bauteil. Ich glaube, dann hast du eine teure Rechnung. Ich glaube, so ein einzelnes Brückenbauteil, das wird schon einen guten Preis, glaube ich, haben. So. Sehr schön. Das Ding sitzt. Sitz, passt und hat keine Luft. So. Noch einmal eben rüber, bitte. Wunderbar. Markierter Bereich wird geräumt. Das sitzt. Und jetzt müssen wir den Rest entladen. Ach, da oben muss ja Plunder hin. Und jetzt müssen wir noch ein bisschen rüberschwenken. Und jetzt müssen wir den Rest entladen. Und die beiden sind eigentlich nur noch Garten kann. Entladen wir mal wieder. Dann müssen wir jetzt hier runter, oder? oder? Ich steck fest. Warte. Bringt das was? Abkoppeln. Ich glaub nicht. Das ist die Feuerzügel. Scheiße, ja. Aber wir kommen durch. Das trifft sie gut. Warte. Einmal testen. Kriegen wir hin. Rückwärtsfahren ist eigentlich immer etwas blöd. Deshalb fahren wir so. Aber ich würde auch an der Stelle sagen. Das war's mit der Folge. Ich hoffe es hat euch gefallen. Wenn ja, sehen wir uns das nächste Mal wieder. Dann geht's weiter an den Brückenbau. Und damit sag ich an der Stelle. Tschüss. Und bis zum nächsten Mal.